Ich bin Christoph Vogel. Was ich mache ist, ich beschäftige mich mit Interaktionen in virtuellen Räumen, in Augmented Reality Räumen und auch mit einbezogen ist da die Gestaltung von solchen virtuellen Räumen. Wichtig ist mir immer, wenn ich eine Mixed Reality Anwendung gestalte, ich will rein und loslegen. Wenn ich ein digitales Objekt sehe, dann möchte ich es greifen. Ich möchte starten, Dinge zu tun, wie ich das auch in der Realität tue, in der Werkbank oder sowas. Das finde ich wichtig, das sollte gelingen, das zu gestalten und das sollte auch der Anspruch sein. Wenn Sie eine Beratung möchten im Bereich AR, VR und Mixed Reality oder alles was dazwischen ist, dann melden Sie sich beim Abwitz Lab.